Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega Ombre, der Consolero mit Sombrero. Und wenn dieses Video online geht, dann sitzen der Halbwurm und ich gerade im Flieger Richtung Kölle, denn wir haben uns überlegt, dieses Jahr mal einen gemeinsamen Roadtrip zur Gamescom zu machen. Zuletzt war ich ja 2004 auf der Messe, da hieß sie allerdings noch Games Convention und fand auch noch in Leipzig statt. Und daher ist es aus meiner Sicht nach mittlerweile mehr als 10 Jahren dringend an der Zeit zu schauen, wie sich die Messe im Laufe dieser Jahre entwickelt hat und was da so aktuell alles geboten wird. Gut Jungs und Mädels, darüber wollte ich euch nur kurz informieren und falls ihr auch auf der Messe sein solltet, dann haltet auf jeden Fall am Donnerstag und am Freitag die Augen ganz besonders gut offen und wenn ihr mich tatsächlich entdecken solltet, dann will ich aber ein lautstarkes Consolero mit Sombrero hören. Alles klar, viel Spaß allen von euch, die auch zur Gamescom gehen und ich werde dann auf jeden Fall berichten, wenn ich wieder zurück in München bin. Bis dahin, euer Ombre.